Willkommen zurück zu einem neuen Deep Dive. Heute geht es um einen echten Klassiker der Arcade-Geschichte. Time Pilot. Oh ja, Time Pilot. Kennt ihr noch? Diesen multidirektionalen Scrolling-Shooter von Konami. Ja. Er schien 1980 bekannt für die simple Steuerung, den knackigen Schwierigkeitsgrad und natürlich diese Zeitreise-Thematik. Absolut. Ein Spiel, das man nicht so schnell vergisst. Besonders diese Mischung aus Action und diesem geschichtlichen Aspekt. Da hat Konami wirklich was Besonderes geschaffen. Genau. Wir haben ja einige Quellen für euch durchgearbeitet. Spielbeschreibungen, Reviews, sogar alte Anleitungen. Und dabei ist uns aufgefallen, Time Pilot ist mehr als nur ein simpler Shooter. Da stecken ja einige interessante Designentscheidungen und Einflüsse drin, die man auf den ersten Blick gar nicht bemerkt. Ja, das stimmt. Nehmen wir zum Beispiel mal die Steuerung, Joystick und einen Knopf zum Feuern. Einfacher geht es ja kaum. Ah, der Clou ist der realistische Wendekreis des Flugzeugs. Ah, im Gegensatz zu anderen Shootern der Zeit, wo man auf den Punkt wenden konnte. Genau. In Time Pilot hat das Flugzeug eine gewisse Trägheit. Wie ein echtes Flugzeug eben. Man muss die Kurven vorausplanen, was das Ganze viel spannender und herauffordernder macht. Das klingt ja fast schon ein bisschen nach Flugsimulationen. Nur mit Zeitreisen und jeder Menge Gegnern. Apropos Gegner. Ihr startet ja im Jahr 1910 mitten im Zeitalter der Doppeldecker. Richtig. Und jede Epoche hat nicht nur ihren eigenen visuellen Stil, sondern auch einzigartige Gegnertypen mit unterschiedlichen Angriffstrategien. In den 40ern kämpft man gegen Schwärme von Jagdfliegern. In den 70ern weicht man Helikopterraketen aus. In den 80ern kommen Jets dazu. Und im Jahr 2001. Da erwarten einen dann feindliche UFOs. Wahnsinn. Man weiß also nicht nur durch die Zeit, sondern erlebt auch die Entwicklung der Flugzeuge hautnah mit. Aber, Moment mal, fünfte Zeitepochen. Bedeutet das, nach Level 5 ist Schluss? Nicht ganz. Nach Level 5 wiederholt sich das Spiel aber mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad. Man startet wieder im Jahr 1910, aber die Gegner sind schneller, aggressiver und haben neue Angriffsmuster. Ein cleverer Weg, um den Wiederspielwert zu erhöhen und die Spieler beide Stange zu halten. Absolut. Und dann gibt es ja noch die Bosskämpfe am Ende jeder Epoche. Genau. Da muss man dann das Mutterschiff der jeweiligen Zeitperiode ausschalten. Im ersten Level ist das zum Beispiel ein Zeppelin, später dann ein Bomber und so weiter. Diese Bosskämpfe sind nicht nur visuell beeindruckend, sondern erfordern auch eine gute Strategie und präzises Zielen. Apropos präzises Zielen. 24 Schussrichtungen und ein Dreifachschuss. Das ist ja ein wahres Feuerwerk an Action. Aber bei all dem Geballer vergisst man ja fast die Punkte. Abgeschossene Gegner bringen Punkte und es gibt Bonuspunke für das Aufsammeln von Fallschirmspringern. Stimmt. Und das Extra-Lebenssystem ist auch nicht zu verachten. Man bekommt ein Extra-Leben bei 10.000 Punkten und dann alle 50.000 Punkte bis 960.000. Danach geht es ums nackte Überleben. Da ist jeder Fehler fatal. Spannend. Diese Mischung aus simpler Action und dem taktischen Element. Kein Wunder, dass TimePilot so erfolgreich war. Apropos Erfolg. Die Entwicklungsgeschichte ist ja auch eine kleine Anekdote wert. Oh ja, die Geschichte von Yoshiki Okamoto, dem Designer von TimePilot. Sein Konzept wurde zunächst abgelehnt. Aber er hat eigentlich weiter daran entwickelt und seinem Chef ein Rennspiel vorgegaukelt. Wow, was für ein Einsatz. Aber diese Hartnäckigkeit hat sich ja ausgezahlt. TimePilot wurde ein Hit und hat das Genre der Shoot'em-Ups maßgeblich beeinflusst. Man könnte es als eine Weiterentwicklung von Spiel wie Baskonien sehen, aber mit einem ganz eigenen Charme und neuen Gameplay-Elementen. Absolut. Der realistische Wendekreis, die Zeitreisethematik, die unterschiedlichen Gegnertypen. All das waren Innovationen, die TimePilot von der Masse abhoben. Und die Kritiken waren damals auch sehr positiv. Lob für die simple Steuerung, den hohen Schwierigkeitsgrad und die für damalige Verhältnisse gelungene Grafik. Stimmt. Und neben der Arcade-Version gab es ja auch noch Portierungen für Atari 200-600 MSX und ColcoVision. Richtig. Und diese Portierungen unterscheiden sich teilweise von Arcade-Version sowohl grafisch als auch im Gameplay. In einigen Versionen wurden sogar neue Inhalte hinzugefügt, wie zum Beispiel eine zusätzliche Epoche. Eine zusätzliche Epoche. Das klingt ja spannend. Erzählt mehr. In der Gameplay-Advance-Version, die als Teil der Konami-Arcade-Klassics erschien, gibt es eine sechste Epoche. 1000.000 Zier. Wow. Und gegen wen kämpft man da? Mammuts mit Fliebeln. Fast. Man trifft auf Fluxaurier Pterodactets. Die Entwickler haben also nicht nur die technischen Limitationen der Langkonsolen berücksichtigt, sondern auch versucht, den Spielern etwas Neues zu bieten. Finde ich super. Zeigt, dass sich die Macher der Portierungen Gedanken gemacht haben, wie man das Spielerlebnis auf den Heimkonsolen anpassen und erweitern kann. Aber bleiben wir noch kurz bei den Unterschieden. Gerade in den frühen 80ern waren die technischen Möglichkeiten ja noch sehr begrenzt. Absolut. Denken Sie nur mal an die Grafik. Die Arcade-Version von TimePilot hatte ja für damalige Verhältnisse eine beeindruckende Grafik. Kräftige Farben, flüssige Animationen, die Zeitepochen waren gut erkennbar. Auf dem Atari 2600 musste man da natürlich Abstiche machen. Klar, die Atari-Version war grafisch deutlich simpler. Da war schon viel Fantasie gefragt, um in den pixeligen Grafiken die verschiedenen Zeitepochen zu erkennen. Richtig. Aber trotz der technischen Einschränkungen hat die Atari-Version ihren eigenen Charme. Und auch beim Gameplay gab es Unterschiede. Die Steuerung war zum Beispiel etwas ungenauer als in der Arcade-Version, was den Schwierigkeitsgrad natürlich nochmal erhöht hat. Kein Wunder. Der Joystick des Atari 2600 war ja nicht gerade für seine Präzision bekannt. Aber mal abgesehen von Grafik und Gameplay gab es noch andere Unterschiede zwischen den Versionen. Ja, in einigen Portierungen wurden auch Inhalte verändert oder wie im Fall der Gameboy-Advanced-Version sogar komplett neue hinzugefügt. Das zeigt auch, wie sich Videospiele im Laufe der Zeit entwickelt haben und dass ein gutes Spielprinzip auch auf unterschiedlichen Plattformen und mit unterschiedlicher Technik funktionieren kann. Stimmt. TimePilot ist ein faszinierendes Beispiel dafür. Aber jetzt lass uns mal einen Schritt zurückgehen und über den kulturellen Einfluss von TimePilots sprechen. Was macht dieses Spiel so besonders, dass es auch heute noch so viele Fans hat? TimePilot ist mehr als nur ein simpler Shooter. Es ist ein Spiel, das eine ganze Generation von Spielern geprägt hat. Viele verbinden damit nostalgische Erinnerungen an ihre Kindheit und Jugend an stickige Spielhallen, blinkende Lichter, den Sound der Arcade-Automaten und natürlich den Nervenkitzel, wenn man es geschafft hat, einen neuen Highscore aufzustellen. Und diesen Highscore dann mit seinen Freunden zu feiern. Genau diese gemeinsamen Erlebnisse machen TimePilot zu einem besonderen Spiel. Es ist ein Stück Kulturgeschichte, das Menschen auf der ganzen Welt begeistert und das auch heute nur Spaß macht. Absolut. Die Simpelsteuerung, der hohe Schwierigkeitsgrad, der Zeitreiseaspekt, all das sorgt dafür, dass TimePilot auch über 40 Jahre nach seiner Veröffentlichung nichts von seinem Reiz verloren hat. Und wer weiß, vielleicht wird ja irgendwann mal ein Remake oder Reboot von TimePilot veröffentlicht. Mit all den Möglichkeiten der modernen Technik. Stellen Sie sich vor, TimePilot in 3D mit orchestraler Musik, Online-Multiplayer-Modus und vielleicht sogar VR-Unterstützung. Das wäre sicherlich ein beeindruckendes Erlebnis. Aber ob es den Charme des Originals einfangen könnte, das ist schwer zu sagen. Manchmal ist weniger eben mehr. Und die Einfachheit von TimePilot ist ja gerade das, was es so besonders macht. Bis dahin können wir uns ja mit den alten Versionen vergnügen und uns in die 80er zurückversetzen lassen. Aber mit den unzähligen Klonen und Hommagen, die es im Laufe der Jahre gegeben hat. TimePilot hat ja eine ganze Welle von Shoot'em Ups inspiriert und damit seinen Platz in der Geschichte der Videospiele für immer gesichert. Absolut. TimePilot ist ein Klassiker, der niemals in Vergessenheit geraten wird. Ja, Sie haben recht. Man sollte Klassiker mit Respekt behandeln. Aber wenn wir schon mal beim Thema Remake sind, welche Features müsste denn ein modernes TimePilot haben, um sowohl den Charme des Originals einzufangen, als auch mit den heutigen Spielen mithalten zu können? Also 3D-Grafik ist natürlich Amos. Stellen Sie sich vor, wie detailliert die Flugzeuge und Umgebungen aussehen könnten. Man könnte die verschiedenen Zeitepochen noch viel intensiver erleben, wenn man quasi in die Cockpits der historischen Flugzeuge eintauchen könnte. Oh ja, und die Soundkulisse. Weg mit den piepsenden 8-Bit-Sounds, mit einem epischen Soundtrack, der die Atmosphäre jeder Epoche perfekt einfängt. Stellen Sie sich vor, wie ein Orchester die Drahtik der Bosskämpfe untermalt. Genau. Und was den Multiplayer-Modus angeht, da wäre ein Online-Modus natürlich Pflicht. Man könnte gegen Spiele aus aller Welt antreten, sich in Ranglissen messen oder in Koop-Missionen zusammenarbeiten. Koop-Missionen, das wäre wirklich cool. Man könnte sich die Aufgaben aufteilen, einer steuert das Flugzeug, der andere konzentriert sich aus Feuern. Oder man könnte verschiedene Flugzeugtypen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen wählen. Richtig. So könnte man das Gameplay noch vielseitiger gestalten und den Teamgeist fördern. Und für die ganz Mutigen könnte es sogar einen VR-Modus geben. VR, das wäre der absolute Wahnsinn. Man würde sich fühlen als Säßemann wirklich im Cockpit und könnte sich frei umsehen. Mit der Hand am Joystick, den Wind im Gesicht. Und den Gegnern im Nacken. Aber bei all den neuen Features darf man natürlich den Kern des Spiels nicht vergessen. Die simple Steuerung der hohe Schwierigkeitsgrad, die Zeitreisethematik, das alles muss auch in einem modernen Time-Pilot vorhanden sein. Sonst wäre es nicht mehr Time-Pilot. Absolut. Ein Remake sollte das Original ehren und gleichzeitig neue Impulse setzen. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann ein talentierter Entwickler auf die Idee und schenkt uns ein Time-Pilot für die nächste Generation. Bis dahin begnügen wir uns mit den Klassikern und freuen uns über die Erinnerungen, die sie uns bescheren. Genau. Denn manchmal sind es gerade die einfachen Dinge, die uns am meisten geistern. Das war es dann auch schon mit unserem Deep Dive in die Welt von Time-Pilot. Wir hoffen, ihr fandet es genauso spannend wie wir und konntet einige neue Einblicke in diesen Orquade-Klassiker gewinnen. Vielleicht habt ihr ja jetzt Lust bekommen, Time-Pilot selbst mal wieder zu spielen. Es gibt ja zahlreiche Möglichkeiten, die alten Versionen zu emulieren oder die neueren Portierungen auszuprobieren. In diesem Sinne macht's gut und bis zum nächsten Dockdive. Tschüss und danke fürs Zuhören.